Das ist das Lächeln, das die Schalker Fans so lange vermisst haben. Matja Nastasic ist nach seinem Achillessehneriss endlich mal wieder am Ball. Endlich ein Stückchen weiter auf dem Weg zum langersehenden Comeback. Der Anfang war wirklich schwierig, aber als die Monate vergingen, wurde es immer besser und besser. Jetzt bin ich glücklich, dass diese Monate vorbei sind und ich wieder auf dem Platz stehen kann. Matja hat Fans auf der gesamten Welt. Das zeigt sich auch immer wieder bei den beliebten Questions and Answers auf der Schalker Facebook-Seite. Verrückte Fragen gehören zu Matjas Lieblingsthemen, auch zu seinem Bankkonto. Schenke mir bitte eine Million von dir. Na klar, kein Problem. Send mir einfach deine Kontodaten. Die Heimspiele verfolgt Matja immer bei seinen Jungs in der Arena und drückt seinen Kollegen die Daumen. Mit ihnen und Trainer André Breitenreiter steht er immer in Kontakt. Matja ist sich sicher, dass unsere Jungs die Saisonziele erreichen werden. In den letzten Wochen haben wir eigentlich ganz gut gespielt, nehmen wir Berlin einfach da mal raus. Aber ich bin total davon überzeugt, dass wir die Qualität und die guten Spieler dafür haben. Auf einen genauen Zeitpunkt seines Comebacks möchte sich Matja nicht festlegen. Seinem Ziel ist er aber wieder ein Stückchen näher gekommen. Das war der Vorjahr CAD-RaWAN Herder für Hyparity score. Bens him,ateurs w tem und hopefully der Ärger geega کہlern mich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.